Ein Trailer, der so unerwartet kam wie kein anderer. Echo. Könnte das das Andor aus dem Marvel-Universum sein? Die Show, nach der niemand fragte, die aber einen Vibe bringt, der gerade die Kernfans anspricht? Denn genau das tut er. Er liefert Netflix-Serien-Vibes und das bedeutet etwas? Nun, Gutes. Lasst uns also auf die Details eingehen, die der Trailer mit sich bringen könnte. Hi, ich bin Nadia und ich liebe Marvel und ich liebe Comics und darüber reden wir heute. Wir reden heute über den Echo-Trailer und was das für eine Bedeutung für das MCU haben könnte. Und aufgrund der Trailer-Ausschnitte in diesem Video bitte ich darauf zu achten, dass keine Kinder in der Umgebung sind. Safety first. Bei der Ankündigung der Serie im Jahr 2021, kurz nach ihrem Auftritt in Hawkeye, dachten sich wohl viele von uns, warum soll ausgerechnet dieser Charakter eine Serie für sich bekommen? Ging es vielleicht einzig und allein darum, Repräsentation zu zeigen, woke zu sein oder hatten sie wirklich etwas mit dem Charakterform? Bis Freitag hatten wir einzig ein paar Setfotos und das Logo zu Echo. Nun kam ein Trailer dazu und dieser hat es ordentlich in sich, denn er gibt uns tatsächlich Hinweise, wo es mit der Miniserie hingehen kann. Nicht nur ist sie die erste TV-MA-Serie, die zusammen mit dem neuen Label Marvel Spotlight angekündigt wurde, sondern auch die erste Serie, die einen Symbolcast zwischen Disney Plus und Hulu bekommt. Bei Marvel Spotlight handelt es sich um eine neue Untermarke des MCU, wo gewisse Parts hineinspielen sollen. Ganz besonders wollen sie hier Charaktere aus den 70ern aufgreifen, unter die beispielsweise auch Werewolf by Night und Ghost Rider hinzuzählen. Es soll sich hauptsächlich um charakterorientierte Storys handeln, welche sich aber dennoch in der Realität des MCU befinden sollen. Hier wurde auch eine Musicalnummer von Jack Kino mit angekündigt, was auch sehr interessant ist. Wichtig in diesen Projekten soll sein, die Comic-Stories nicht gelesen haben zu müssen und auch den Rest des MCUs nicht gesehen haben zu müssen. So wurde beispielsweise Ghost Rider angeführt. Den musste man nicht kennen, um den Film zu verstehen. Wird damit Ghost Rider eventuell bestätigt? Hierfür soll die Marke Spotlight eben dienen, da das MCU selbst doch mittlerweile zu verstrickt ist, um bodenständige Geschichten innerhalb des Universums zu erzählen. Wir können im Übrigen auch davon ausgehen, dass man Hawkeye nicht gesehen haben muss, um die Serie Echo zu verstehen. Was bei diesem Trailer allerdings trotzdem ein bisschen skeptisch macht, sind die vermehrt angekündigten Reshoots, der Release als ein Block und auch die Verschiebung des Release-Datums. Diese Verschiebung hängt nicht unbedingt mit den noch immer anhaltenden Streiks der SAG-AFTRA zusammen. Da diese nur Serien betreffen, die noch immer in den Drehs sind, haben vielleicht bis kurz vor den Streiks-Dreharbeiten stattgefunden, die noch in die Post-Production mussten? Oder war ihnen der Abstand zu klein, nachdem der Streik länger anhalt als gedacht? Schließlich haben sie ja dieses Jahr immer noch What-If-Season 2 angekündigt gehabt, für welchen wir noch keinen Trailer haben, aber die Folgenbezeichnungen released wurden. Zunächst hieß es, sie wollen andere Wege gehen mit dieser Serie. Nun wurde Loki dennoch wöchentlich veröffentlicht. Es könnte dafür sprechen, dass diese Serie einfach wie ein 5 Stunden langer Film zu sehen ist. Was hier allerdings viel wichtiger ist, ist Echo und ihre Verbindung mit den ganzen Street-Level-Heroes. Ganz besonders dem Daredevil-Spektrum des MCU. Maya Lopez tauchte das erste Mal in der Serie Hawkeye in 2021 auf. Dabei handelt es sich um eine taubstumme Frau, die trotz dieses Handicaps extrem gut im Kampf ist. Dies zeichnet sich gerade in den Comics dadurch aus, dass sie ähnlich wie der Taskmaster, RIP-Taskmaster im MCU übrigens, und Bullseye die Fähigkeit haben, ihre Gegner effizient zu imitieren. Dabei will ich Taskmaster generell nicht schlecht sprechen. Ich habe mit dem Gendern absolut kein Problem von Taskmaster innerhalb des MCUs. Ich finde es nur schade eben, wie es eingeführt wurde und höchstwahrscheinlich einfach schon jetzt verbraucht ist. Ja, Taskmaster wird höchstwahrscheinlich auch mit Thunderbolts zurückkommen, aber mir hat etwas gefehlt, als man Antonia Dreykov zur Taskmaster gemacht hat. Ich denke, dass Taskmaster eine andere Dynamik hat innerhalb der Comics, so empfinde ich ihn. Und ich fand den Charakter oder den potenziellen Charakter einfach nicht gut eingeführt. Kurzer Side-Rant. Diese Fähigkeit soll hier in der Serie allerdings durch tatsächliche Kräfte ersetzt werden. Wenn wir uns auf die Sequenzen berufen, in denen es um Opfer in ihrer Kultur der Jog-Tor... Entschuldigung, falls ich das falsch ausspreche... ...geht und sie ebenso das Tattoo der Hand in ihrem Gesicht bekommen soll, dann können wir in die Richtung spinnen, dass sie mystische Kräfte aufgrund ihrer Herkunft bekommen könnte. Die sie allerdings nicht zu weit von dem Street-Level hinweg bewegen können. Es könnte einen ähnlichen Vibe haben wie bei Iron Fist. Besonders wenn wir bedenken, dass Drachen in Hawkeye erwähnt wurden und dieser bei Iron Fists Fähigkeiten eine große Rolle spielt. Könnte es also einen indianischen Drachen geben, der ihr Kräfte verleiht? Eine ähnliche mystische Entität? Vor allem nun, wo sie scheinbar auf der Suche nach sich selbst ist. Außerdem haben wir sie noch immer als Anführerin der Tracksuit-Mafia. Wie auch in den Comics. Und es wurde ebenso bestätigt, dass sie bei ihrem Villain- bzw. Anti-Hero-Turn bleibt. Was glaubt ihr dazu? Wollt ihr nochmal ein Spotlight zu Maya, in dem wir uns genauer mit ihr befassen? Schreibt es doch gerne in die Kommentare zwischendurch. Lasst uns aber nun endlich zu der Handlung des Trailers kommen. Wer ist das Monster? Zunächst sehen wir einen Rückblick auf die Kindheit Mayas, in der Wilson Fisk das erste Mal in ihr Leben trat. Ein Eisverkäufer macht sich witzig über sie und daraufhin ist es der Kingpin, der diesen zusammenschlägt. Ist das Eis hier im Übrigen der Grund, warum Kingpin sie in Hawkeye in den Flashback nach Eis fragt? Denn scheinbar scheint er Teile von sich selbst in ihr zu sehen, in dem kleinen Mädchen und versucht sie zu verteidigen. Er ist also tatsächlich so etwas wie eine Vaterfigur für sie. Oder er versucht es jedenfalls zu sein, was ihn ein Stück weit irgendwie versucht, menschlicher erscheinen zu lassen. Allein die Bildsprache in dieser Szene und das Grading, wie das Blut hervorsticht auf dem sonst so dunklen Ton der Serie, zeigt uns, wie sehr sie versuchen wollen, auf die Schiene der Defenders-Serien gehen zu wollen. Das zeigt sich nicht nur hier und in dieser Brutalität, sondern auch in dem Logo und den Schriften, welche sich sehr nah an den alten Defenders-Serien hält. Obendrauf wird das Wort Punished erwähnt. Nimmt sie vielleicht einen ähnlichen Turn wie der Punisher? Ist dies Marvels erster Versuch, so richtig auf die Schiene zu gehen, welche Charaktere wie Punisher, Daredevil, Venom und Carnage, Moon Knight und teilweise auch die mystische Welt von Doctor Strange gebraucht hätten? Sehen sie nun, dass Marvel-Fans nicht mehr unbedingt die Kinder sind, die mit Captain America und Iron Man aufgewachsen sind? Bevor wir hier zu weit abschweifen. Die Altersstufen und die Genres innerhalb des MCUs sind nochmals ein komplett eigenes Thema. Es ist schön zu sehen, dass sie diesen Versuch aber wagen. Jetzt mit Echo. Schließlich ist es das, was den Trailer auch so interessant macht. Der Trailer gibt aber eigentlich nicht viel von der Story her. Außer vielen blutigen Action-Szenen und Kämpfen. Es geht eher hervor, dass wir uns hier auf einer Selbstfindungsreise befinden. Auf einer Reise davon, im Schatten ihrer Taten zu leben. Im Schatten des Kingpins zu leben, wie es auch das Poster so wunderschön zeigt. Und aus diesem Schatten will Echo, Maya Lopez, scheinbar raus. Sonst würden sie ihn am Ende des Trailers nicht konfrontieren und ihn wieder erschießen wollen. Denn beim ersten Mal hat es offensichtlich nicht geklappt, wie wir an der Augenklappe von Fisk sehen. Etwas, was so im Übrigen auch in den Comics passiert ist, dass sie ihm ins Auge schoss. Sie versucht sich, zu gewissen Parts von ihm zu distanzieren und sich ihrer Herkunft klar zu werden. Wie zuvor erwähnt, könnte es sie in die Richtung bringen, Kräfte zu entwickeln. Allerdings wird sie bei ihrem Anti-Hero-Turn bleiben und tun, was nötig ist, um nicht zur guten Person zu werden. Jedenfalls nicht nach der Bestätigung des Showrunners. Wir haben aber noch einen wichtigen Part in diesem Trailer. Wenn es auch nur einige Frames sind. Sehen wir, der Devil in seinem roten Suit. Gut, Gerüchten zufolge soll er nach der letzten Version des Skriptes auf der Suche nach Jessica Jones sein. Wofür genau, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass die beiden aufeinandertreffen. Sei es in einem Flashback oder in einem Kampf zum Ende der Serie. Er wird jedenfalls Gerüchten zufolge nur in einer Folge einen Auftritt haben. Dies wird aber dennoch genug sein, um die Show trotz des Rewrites auszurichten auf diesem Level. Wir wissen also, dass Echo ein direktes Spotlight mit Einflüssen auf die Serie Daredevil Bonegan haben könnte. Nun zumindest hat die Serie Einflüsse auf Wilson Fisk und seinen Charakter und seine Entscheidungen. Wilson Fisk, der nun in dem Street-Part des MCU eine wichtige Rolle als angehender Bürgermeister von New York spielen könnte. Wenn wir uns mit den nächsten Projekten wie Captain America Brave New World und Thunderbolts genau weiter in diese politische Richtung bewegen könnten. Und wenn wir dabei General Ross als Präsidenten einfügen und Fisk dazu nehmen als Bürgermeister. Ein kleiner, weit hergeholter Hinweis könnte hier das Make America Skate Again sein, durch welches sie sich kämpfen. Wenn Fisk versucht, America Great Again zu machen nach all den Geschichten mit dem Blip, die jetzt in Phase 5 noch immer eine Rolle spielen. Wir können jedenfalls gespannt sein, denn auch in diesem Arc der Multiverse Sega fangen sich nun langsam an, die Fäden zu spinnen und zu einer guten Timeline zu bilden. Von Falcon and the Winter Soldier über She-Hulk zu Secret Invasion, vielleicht sogar The Marvels. Bis nun nach hier zu Echo und dann in Captain America 4 und Thunderbolts, bis dann weiter zu der Devil Born Again weitergesponnen werden kann. Interessiert euch dieser Plot eigentlich mehr als dieser ganze mystische Multiverse-Plot? Wart ihr von dem Trailer auch positiv überrascht? Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und bis wir hier weiter über Loki sprechen oder sogar über die aktuelle Timeline des MCU, denn dazu wird es ein gesondertes, gewünschtes Video geben, vergesst nicht, unten in der Infobox auf den anderen sozialen Medien vorbeizuschauen. Kommt auf den Discord, da können wir weiter viel mehr diskutieren mit gleichgesinnten Personen oder auch mir. Schaut auf Instagram vorbei, wo ihr Cosplays seht oder halt eben auch Behind-the-Scenes, wie ich Content mache, als auch Twitch, wo wir aktuell Spider-Man 2 aktiv streamen und wir auch andere Games und Diskussionen führen. Und The Marvels kommt ja auch schon wieder bald. Vergesst nicht zu abonnieren, bleibt gesund und ansonsten lasst mir gerne in den Kommentaren eure Meinung zum Video und zu euren Wünschen zu kommenden Videos und Theorien, als auch Vorschläge, was ihr euch wünschen würdet als Perks für Kanalmitgliedschaften oder Patreon. Mein Name ist Nadja, bleibt gesund und bis bald.